Fester Glaube, starker Glaube, entschlossener Glaube, meine Kinder Botschaft der Allerheiligsten Jungfrau Maria an Luste Maria am 25. April 2024, gegeben in der Gebetsgruppe Geliebte Kinder Auf jeden von euch strahlt in diesem Moment meine Liebe in jedes Herz, um euch zu erweichen, denn um aufmerksam auf das endgültige Ziel der Begegnung mit meinem göttlichen Sohn zuzugehen, müsst ihr ein Herz aus Fleisch besitzen, damit ihr den Aufrufen und Lehren meines göttlichen Sohnes gefügig seid, die in dieser Zeit notwendig sind, damit ihr erfolgreich aus all den Prüfungen hervorgehen könnt, denen ihr gegenüberstehen werdet, nicht nur als Generation, sondern auch als Kinder meines göttlichen Sohnes auf einer persönlichen Ebene Meine Kinder, das Vaterhaus hat euch durch meinen göttlichen Willen alle notwendigen und wirksamen Medikamente der Natur gegen die Krankheiten gesandt, die wieder auftreten werden Wenn ihr sie anwendet, wird die Wirkung im Glauben des Geschöpfes an das Wort des Himmels entstehen Wenn dein Glaube, mein Kind, null ist, wirst du nicht in der Lage sein, dich mit dem zu heilen, was das Vaterhaus dir zur Bekämpfung unbekannter Krankheiten gesandt hat, aber wenn dein Glaube unendlich ist, wenn dein Glaube minimal ist, wenn dein Glaube groß ist, Kinder, wird der Glaube dich retten, und ich sage dir, der Glaube hat dich gerettet Wachset im Glauben, denn der Glaube bewegt Berge, VGL, MT 17, 20, 21, wachset geistig und müht euch nicht so sehr im Materiellen ab, ja, bereitet euch vor, aber übertreibt es nicht, denn der Glaube wird die Würze sein, die allem, was ihr im Namen der heiligen Dreifaltigkeit oder in meinem Namen oder im Gehorsam gegenüber meinem geliebten heiligen Erzengel Michael unternimmt, die nötige Würze gibt Fester Glaube, starker Glaube, entschlossener Glaube, meine Kinder Wie sehr ich euch liebe Wie sehr ich euch segne Wie sehr danke ich euch, dass ihr euch zusammengeschlossen habt, um die Rufe der heiligen Dreifaltigkeit auf alle eure Brüder auszuweiten Jeder einzelne von euch ist ein Bote der göttlichen Liebe Überlasst diese göttliche Liebe nicht euch selbst, denn sie wird keine Früchte tragen Wenn ihr sie aber mit euren Brüdern teilt, werdet ihr tatsächlich Früchte erhalten, und zwar in Hülle und Fülle, denn Gott ist Liebe, ist Nächstenliebe, ist innerer und äußerer Friede Deshalb wachset, meine Kinder, wachset im Geiste, gehorchet im Glauben und rüstet euch im Glauben Meine kleinen Kinder, erhebt alle Sakramentalien, die ihr in euren Händen haltet, und ich als Mutter und Lehrerin, als Mutter meines göttlichen Sohnes und der Menschheit, segne diese Sakramentalien und befehle den Mächten des Bösen, sich vor demjenigen zurückzuziehen, der diese Sakramentalien im Zustand der Gnade trägt, und heile ihn an Leib und Seele, wenn dies der göttliche Wille ist Ich liebe und segne euch, meine Kinder Mama Maria AVE Maria, du reinste, ohne Sünde empfangen AVE Maria, du reinste, ohne Sünde empfangen AVE Maria, du reinste, ohne Sünde empfangen Kommentar von Luste Maria Danke, kleine Mutter, wir verehren dich, heiligste Mutter Danke, Mutter, gesegnet bist du unter allen Frauen, beschütze uns Tag und Nacht, halte uns immer in deinen Armen, damit wir in deinen Armen immer deinem göttlichen Sohn treu bleiben Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer glaubt, hat das ewige Leben Jo, 6,47 Unser Herr Jesus Christus 9. September 2009 Noch einmal rufe ich euch auf, in einem festen und unerschütterlichen Glauben zu bleiben, genährt durch die tägliche Eucharistie, durch ausdauerndes Gebet und durch ständiges Bitten, damit der Heilige Geist euch jederzeit beisteht und es euch so gelingt, angesichts des Kommens und Gehens der ständigen Fallen des Teufels, der in dieser Zeit gegen die Kinder Gottes zuschlägt, zu unterscheiden Die heiligste Jungfrau Maria 28. Juni 2010 Der Glaube erliegt nicht einmal den Angriffen, die auf die Kirche zukommen Der Glaube ist in meinem Sohn Jesus Christus, nicht in den Menschen Merke dir das, der Glaube darf nicht wanken Bleibt standhaft, ohne euch zu bewegen, deshalb rufe ich euch immer wieder auf, wahre Christen zu sein Die heiligste Jungfrau Maria 8. Dezember 2010 Ruft mich an, gegrüßet seist du, Maria, du Reinste, ohne Sünde empfangen Aber mit einem Glauben wie ein Senfkorn Alle werden von dir und deinen Familien vertrieben werden, mit dem Glauben Seid euch der Dekadenz dieser Menschheit bewusst, die sich selbst läutern muss Lasst den Glauben nicht wanken, auch wenn ihr seht, wie sich die Hügel auftun, auch wenn die Berge und Gebirgsketten wanken und fallen und die Ebenen überwiegen, lasst den Glauben nicht wanken Amen